dann verspricht er eigentlich die ganze zeit immer alle werden sterben alle sicher aber leider keine energie mehr das ist schade ich sag nur noch schade jetzt mein lieblingswort da kann man unterfallen da gehe ich nicht hin gut schein ich meine ich speichere jetzt bevor ich wieder in den abgrund falle da kann man sogar darunter rein und die frage welches ist das richtige oder ist es wurscht wurscht scheint es nicht zu sein oder führen beide sowieso ich glaube dass da wäre das andere hat das eine führt glaube ich nach oben das andere nach unten sehe ich das richtig einfach immer schön speichern natürlich versteckte sich dahinter und jetzt herunterkunft weiß ich auch nicht aber ich falle bitte nicht wollen ich war dann geht da muss ich jetzt wohl doch eigentlich muss ich ja sowieso in die mitte aber toll das hat es voll gebracht noch einer an die waffe möchte ich nicht ach von daraus komme ich sogar hier das ist das ist cool es ist gruselig es ist gruselig ja 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 ich hab Angst dass es dahinter deswegen habe ich nicht voll drauf gewollt so habe ich so viel leben die ganze zeit nicht was oh oh nein 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 das war jetzt falsch das war ich auch noch runter da war noch einer da war noch einer ich wollte das gar nicht ich wollte hier das hier doch doch das hier war schon richtig was soll ich hier mit das ist wie zu über vorsitzenden genau deswegen bin ich vorsichtig bei diesen kisten hier wesen bessern oder fast aus das aussieht wie ein fass warum hier ist noch ein kleiner gut der wäre erledigt oder ich mach's kaputt also zwei davon aber wo muss ich denn überhaupt hin das ist sowieso die andere frage tschüss jetzt auf 20 tschu'n vielleicht unsere musik kaputmal woß ich die kaputt mal woß ich die kaputWell ach geil aber hier dort war es dann aber es geht zwar noch ziemlich weit nach oben hallo ist jetzt abgeht was bringt mir das dass ich jetzt hier oben kann ich auch wieder runter gehen oder nicht oder ich sehe hier eigentlich nichts oder doch meine das ist nur eine lampe oder sowas ähnliches ansonsten nur diese komischen schreie oder was es sein soll das ist gruselig könntest du mich richter gegenüber lassen er kommt das war es dann ich habe ja schon nicht dein ernst direkt vor mir würde ich sehe den jetzt nicht mehr ich weiß nicht ich möchte auf diese plattform in der mitte was denn ist das so das wäre jetzt noch sind fast in dem moment muss ich noch habe ich nicht vorhin nachgeladen gewartet ich warte ich will 5 komplett drin haben damit ich auch komplett fünf schuss zur verfügung habe aber von hier bin ich doch gekommen oder nicht oder geht es ja ich meine noch weiter geht es auch gar nicht wenn ich jetzt hier durchgehe komme ich dann nicht da raus oder ist das was neu das ist genau das hä der ballert da raus obwohl er eingeschlossen ist wer ist das denn hab ich dir irgendwas übersehen oder so mach ich dir nicht einfach mal kurz warte mal jetzt ist das aufzug der ist direkt tot hier ist noch einer aufkladen habe ich nachkladen weil dann würde ich kurz noch mich noch mal heilen gehen für die hälfte wieder voll ich weiß nicht ich habe jetzt auch keine Ahnung wo ich hin muss weiß noch unten ganz unten war ich doch schön unten nicht warum muss ich mich noch weiter runter schwierig 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 ach voll gut noch weiter geht doch eigentlich gar nicht also geht schon aber es geht nur hoch und das hier geht runter war ich dann schon welches geht denn oder ist das hier ach das hier ist genau hier war ich hier war ich schon also was bringt mir das ich komme nämlich von hier das ist jetzt echt seltsam aber wo muss ich denn hin wo muss ich denn hin wo ähm hmhm gut hier bin ich jetzt wo ich mich geheilt habe ach es geht noch höher ach es geht noch höher bin ich jetzt online es geht noch höher das ist natürlich toll wenn ich einfach runterfalle dort bin in in die tiefe gefallen in die dunkle tiefe hä wo kommt der denn hier plötzlich her gespeichert hä pf egal macht nichts aber nicht dass hier jetzt wieder irgendwelche Viecher rumlaufen gut ja das geht direkt wieder hoch wohl nicht vorsichtig ähm wieso bewegt sich ach das geht sogar noch höher jetzt muss ich veräppeln das geht sogar noch höher ok ich springe hier hin oh nein oh nein oh nein oh nein also weiß ich wenigstens wo ich mich heilen kann da 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 ähm das könnte ein bisschen näher kommen das fände ich ganz nett wie ich das alles finde na weißt du wenn ich gehe ich unnötig das ist auch kein problem das lebt man jetzt nicht mehr ah das da hinten steht sollte ich gerade machen können die ja so dumm sind und immer kurz anhalten so wie das da gerade ich muss jetzt aufladen wo ist es ja da wir brauchen wir näher das ist gut ja ich könnte noch ein bisschen näher kommen na magst du mich nicht wieder was ah doch finde ich sehr gut jetzt hau nicht ab jetzt hau nicht wieder ab komm könntest du mal hier bleiben danke jetzt kann ich mich auch einfach heilen wieder ist cool weil die Waffe hat unendlich Munition so man muss immer wieder warten bis die wieder voll aufgeladen ist und jetzt noch höher ich speichere wieder sicherheitshalber wo geht es denn hier noch höher da hinten bitte ohne reinzufallen irgendwo runterzufallen meinte ich das dreht sich auch noch wie toll muss ich da jetzt überhaupt reinspringen bin mir noch nicht ganz sicher na dumm dumm macht's gut einfach hindurch ich bin der letzte er ist der letzte oder wie keine ahnung ich weiß es nicht was ist das ich kann sogar einfach ohne zu springen der nächste er ist der letzte was bedeutet das wir laufen noch lauter Viecher rum was was ich gerade eingehört wie so ein Wissenschaftler irgendwie der so redet der so redet ähm schätze mal schmeiß was rein vielleicht passiert ja was passiert nichts äh gut ich möchte gerne die Waffe wieder haben wo ist sie denn jetzt ich find's nicht mehr da dann einfach durch oder ein großer Tag hat einer gesagt es 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 Bis zum nächsten Mal.